ein ausgenockt ich bin ausgenockt ich habe ihn tot thomas riecht mich hoch hallo und herzlich willkommen ich bin mech hammerger und willkommen zu meinem gameplay auf diesem kanal jetzt geschieht hier eine runde fortnight battle royale nämlich eine highlight folge mit den hightower und mir damit versüßen wir den abschluss besser gesagt von der season 3 und dann können wir gepflegt mit den ganzen aufnahmen von der season 4 starten ich wünsche euch schon mal viel spaß mit dem video bewerten und kommentieren nicht vergessen und von meiner seite aus erstmal wieder ringgekloppt und tüdelü ich bin drinnen ficken hier drin ist eine falle thomas vorsicht pass auf sie sind auf den balkon gesprungen die kommen runter ich glaube ich wieder raus einer ist dauerung Komm her Thomas Er hat mich abgeschossen, ich hab noch kratzen mit der Schrot ins Gesicht geschossen Ich hab den nicht her, das hat er mitgebracht Aber den würde ich gerne nehmen, genauso wie die Pumpe. Sniper kannst du nehmen Hier ist ein Jacke Oh Thomas, oh Thomas Gold ist gar Hier kannst du den Saukrug wieder nehmen Ist jetzt nicht genau Wenn alles auf einmal kommt, dann kommt alles auf einmal Ist mein Ernst Soll ich die droppen? Da, guck mal Wie schön Das war ja nix Ich hab nen Fight Ach, ist das mein Ernst, ey Wie pissen wir den ein hier? Gehen wir von unten rein Ich bin jetzt gerade in der Garage Ausgenockt Ausgenockt So, wir brauchen ne Waffe Entschuldigung, Kumpel Container, lass es in den Containern sein Ne Pumpe, ne Oldschool Damit kann ich was anfangen Wow, 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 wow Ich hab einen down Ich hab einen down Also... Oh, der gehört gar nicht zu mir Nein, nein Da Ja Thank you Ich seh' Er hat uns auch gesehen, ne Das hätte er nicht gebaut Okay Ne, da ist er Oh, er hat auch geschissen Oh, er hat auch geschissen Ich werde mich gerade wegschminken, ne Lass mich doch noch mal rübermunkeln da ganz würde da nicht so gucken die von hier aus kannst du keine schmissen klar ist klar und einer von der stein jetzt was ausgenockt links ich habe nur noch neun hp ist jetzt nicht das haus das ist ein AX es ist ein AX das ist ein AX Er kommt von rechts. Langsam werde ich mit der Pumpe. Gold ist geil. Oh, da ist eine. Minigun, Dude. Tod. Da kommen wir den Berg unter. Der ist mit dem Jakker weg. Ah, der hat mich auch erwischt. Ja. Ich bin schon wieder getroffen. Ich brauche nur eine ganze Minigschule, die ich sehe. Ist er weiter runtergefallen? Ja, weil er kaputt gemacht hat. Nein, der ist ausgenockt. Da kommt der nächste von hinten hin. Da ist ein neuer Dude gekommen. Oh, das ist klar. Komm. Oh, ich habe den Kumpel nicht gefischt. Ich hasse die Leute. Mann, ey. Töte ihn. Schnell. Ja. Fotze, Alter. Ja, die Zone, Thomas. Boah, du musst bis nach Schiff die Chefs. Bis wo muss ich? Schiff die Chefs. Und am besten ist, wenn du nicht gebückt rumläufst. Dann geht es schneller. Mann, bauen wir doch eine Schiff Treppe. Was versuchst denn du da? Wieso baut er die Schiff Treppe nicht? Was ist denn der Treppe? Der baut doch eine Treppe. Ey, was bauen wir denn hier? Du musst auf einen Knüppel drücken. Damit es wie er in einer gewohnten Form kommt. Du stirbst. Mann, bauen wir denn hier? Du musst den Knüppel. Das schaffst du nicht mehr. Du willst sowas an sterben. Mann, bauen wir denn das scheiß Jump hat nicht hier. Keine Falle hier. Da hast du überhaupt einen Jump. Was ist denn mit dir los? Du willst sterben, Alter. Du bist sowas an sterben. Was machst du da? Was machst du? Was machst du da? Was machst du da? Wo bist du denn? Ach du bist du. Du bist so richtig, ey. Ich hab nur einen Munitionverein. Hälfte für mich. Wo bist du denn? Das hast du da versucht. Tschuldig. Argin, auch in Munition. Oh oh, hollミ, Sky. Schilfe, Thomas. Mal. Oh. Meine Güte. Mein erste Mach-Trums-Revolve. Yeah. Das ist voll die Narbe im Gesicht, ey. Und den dicken Popel lass es auch hängen. Hm? Okay. Doch, Mann. Ich habe alles im Griff. Zwei Kills hast du? Jo. Jo. Ich habe zwei Kills. Oh. Mann ist klar, der eine ist, ist, ist low. Also hat ein Hattie von mir bekommen, der andere hier der. Genau. Warte, ich gehe in den Bank. Ja, ja. Gut gemacht, Thomas. Ich habe sie gut für dich vorbereitet. Einer ist down. Der andere ist links vom Roten Haus. Der ist da. Der hat den Zaun. Da ist er. Thomas, schieß. Schieß auf. Da oben ist er. Da oben ist er. Tot. Ich glaube, die haben gehört, dass wir... noch mal woanders stehen. Eine ist in deine Falle getreten. Einer ist in deine Falle getreten. Nein, der ist down. Boah, ficken. Thomas, fick ihn. Da unten ist er. Ich komme runter. Oh, ich habe ihn tot. Thomas, hieb mich hoch. Hieb mich hoch, er ist auch tot. Wir haben uns gegenseitig abgeschossen. Nein, das gibt es nicht. Verdammte Scheiße. Da ist ein Kumpel. Wo? Die ist nach oben. Habe ihn. Fehlend Anzug. Habe ihn, habe ihn. Geil. Beide Headshot verpasst. Einer ist im Groben. Oh, ich habe hier gar nichts. Hier vorne ist eine. Was willst du, Fotze? Gut. Ich hacke ihn ein. Der werft sich gar nicht. Doch, jetzt wehrt er sich. Hier. Fang. Hier, Munition. Warte. Da kommt er. Da kommt zwei. Ficken. 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 Helfe immer. Gerade frisch. Oh, unten. 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 Warte. Warum treffe ich ihn nicht? Da ist unter Schild. Warte. 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 Wenn er eine Treppe baut ist, ist es vorbei. Er baut sich ein. Der will die. Er ist tot, aber alleine. Uah. Thomas. So hab ich ihn ausgebaut? Nein. Er ist tot. Mein ist klar. Ja. Hilfe. Er kommt gleich. Ist klar. Er ist tot. Er hat sich selbst getötet. Thomas, hilf mir hoch. Deiner hat einen LNG. Gut, einer ist down. Tot. Jawoll. Oh, da sind sie. Hier unten sind welche. Ah, er ist ausgenockt? Ich bin ausgenockt. Da hin, wo du? Ich bin ausgenockt. Waren, hilf mir. Krabbel hierher. Er hat uns nicht mitgekriegt. Warte, warte, warte. Aufgenau. Wen hier? Vor unten. Ja, der läuft gut durch die Hausten. War da eine? Schön, Herr, die Jungen. Wie vorne, direkt vor uns. Ich bin ausgenockt. Da ist er. Da war die Kollegen. Ah, verdammt. Tot. Sehr schön, Herr. Sehr schön. Es sind nur noch die. Deine ist unterstellt. Ausgenockt. Da ist er. Hier ist er. Thomas, hörte ihn. Türi, Thomas. Thomas, was machst du? Was machst du? Nein, was machst du? Du hast so gefettet. Dritte? Hä? Ja. Da leben noch zwei. Ich dachte, das wären die letzten. Nein. Ach, scheiße, Alter. Wo waren denn die anderen? Die verstopfen sich im Moment. Ich dachte, das wären die letzten, Alter. Ich habe auch so gekillt. Ich habe ihn eigentlich verpasst und dann habe ich außerdem wie auf die Steuhe gekauft. Da habe ich noch ein Emo. Frisch gebaut bei einem Container. Der LKW mit den Containern drauf, wo eine Kiste drin ist. Und von Osten kommt einer. Ich glaube, der hat mich gesehen. Ja, klar. Oh. Ja, klar. Das ist eine Jacke, wir bloß. Einer ist zorn. Nein. Ja. Hilf mir. Hier unten. Ein Gebäude ist einer drin. Ja. Oben. Genau da. In der Tür. Genau in der Tür. Genau in der Tür. Habe ihn down. Wo ist dein Kumpel? Wo ist dein Kumpel? Oh, oh. Das war das für einen, ein Raben? Nee. Hure. Waffe, Waffe. Nein, geht da nicht rein. Der haut ab. Deine Arme, Mensch. Gebt dir doch noch Waffe, Jungs. Wo seid ihr hin? Sie sind tot. Da sind alle drin. Tutti. Du bist so. Du bist so. Halt dich nicht. So viel Zeit muss sein. Warte, ich mach mal was ganz cooles. Oben vom Berg, Junge. Das war total cool. Eben nicht. Wenn's hat. Warte mal. Geht's nicht schnippig, Thomas. Ja, ich hab's gesehen. Tot. Ah, ich hab's nicht schnippig, Manni. Ich hab's nicht wie Manni. Ah, ich hab's nicht schnippig. Ich hab's nicht. Tot. Lila ne schnippig. Und ne skali. Da oben. Nein, lass mich rein, lass mich rein. Lass mich rein. Der guckt doch. Der sniped die ganze Zeit zu uns. Ich geh hier schon nach rüber. Der ist hier. Norden. Da ist er. Da sind zwei, da sind zwei. Hier ist eine. Noten. Hast du ein Medikip? Ja. Aber ich brauch... Thomas. Da ist ein Superpumpe. Was machst du? Ich hab's nicht schnippig, Manni. Du Idiot. Jetzt kriegst du was mit dem Kinn. Was? Oh, Scheiße. Du Idiot. Du bist so blöd. Meine Fresse, Thomas, alle. Das ist auch was für die Highlights. Ohne Scheiß. Rockets. Der muss irgendwie vom Berg geschossen haben. Von hinten. Genau von da irgendwo muss er geschossen haben. Andere Seite. Da hinten muss er sowieso. Rockets. 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 Tut mir leid, ich bin alleine. Da ist er. Wo ist er denn? Ich habe ihn mal gesehen. Da vorne, wo der Loot liegt. Gerade zu. Da, hast du gesehen? Ja. So knapp. Doe. Tatsing! Wann? Ja. Wann? 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 Das ist das Ende der Highlights, Junge, das ist so ein geiles Finale gewesen. Ich kann froh sein, dass der andere, der noch dazwischen kam, den ich zuletzt getötet habe. Geil, Junge! Geil, Junge! Geil, Junge!